Wir sehen hier die KSP4R Vitamir. Das ist eine rotative Streckblasmaschine bis maximal 8.000 Flaschen die Stunde für 0,5 bis 3 Liter. Das ist eine 4-Kavitätenmaschine. Wir haben eine zweite Maschinengeneration, auch eine 6-Kavitätenmaschine für maximal 12.000 Flaschen. Diese wird seit 2007 produziert. Wir haben mittlerweile ca. 120 Maschinen am Markt und sind eigentlich sehr zufrieden mit dieser Technologie.